Hallihallo und Willkommen bei Swiss Sim Racing Games Project Cars. Heute wechsle ich ausnahmsweise in den Karriere Modus und fahre hier in der GT3 das Asia Pacific Trophy Rennen gegen eine 100er KI und ich werde kein Neustart zulassen. Im letzten Video habe ich euch die Wiederholung vom Qualifying gezeigt und habe mich auf dem ersten Rang platziert. Nun fahre ich das Sprintrennen. Los geht's, viel Spass! Rauch! 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 Auf Wiedersehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020